Dies schenke ich dir statt Rosen auf dem Grab, anstatt das Weihrauchfass zu schwenken. Wer hätte je so streng gelebt wie du und großartig verachtet bis zum Ende? Hast Wein getrunken und gescherzt wie keiner, der Druck der Wände keine Luft dir ließ. Den dunklen Gast hast du dir eingelassen und bist allein geblieben, du mit ihm. Du bist nicht mehr, und ringsum alles schweigt von diesem schmerzerfüllten hohen Leben. Nur meine Stimme wird die Flöte sein, auch deiner stummen Toten feiertönend. Wer hätt geglaubt, daß ich halb bei Verstand, ich Klageweipe weinend tote Tage, ich im Feuer schwelende, die ich alles verloren, alle vergessen habe, muß gedenken dessen, der voll Kraft mit mir und voller strahlender Ideen, als wer es gestern erst gesprochen hat, und ließ mich seine Todesqual nicht sehen. M.B. zum Gedenken Dies schenke ich dir statt Rosen auf dem Grab, anstatt das Weihrauchfass zu schwenken. Wer hätte je so streng gelebt wie du und großartig verachtet bis zum Ende? Mit M.B. ist Michael Bulgakov gemeint, der 1940 verstorbene Autor von Meister und Margherita. Er hat also streng gelebt und großartig verachtet. Unter dem ersten kann man sich etwas vorstellen, das zweite großartig verachten ist gewöhnungsbedürftig. Es könnte die Überlegenheit eines großen Geistes gemeint sein, dessen Verachtung sich mit tiefem Durchblick ausdrückt. Hast Wein getrunken und gescherzt wie keiner, der Druck der Wände keine Luft dir ließ. Den dunklen Gast hast du dir eingelassen und bist allein geblieben, du mit ihm. Bulgakov war seit zehn Jahren als Schriftsteller gewissermaßen in die Schublade eingesperrt. Er war mit totalem Publikationsverbot belegt. Es war Stalin persönlich, der ihn anrief, um ihm seine Hilfe anzukündigen. Bulgakov fand dann Tätigkeiten in Theatern, von denen er wenigstens leben konnte. Außerdem versuchte Bulgakov, wie auch Pasternak und Mandelstamm, mit einem Werk, das Stalins Verehrung dienen sollte, wieder publizieren zu dürfen. Vergeblich. Auch dieses Drama über eine heldenhafte Episode aus Stalins früherer Zeit wurde nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Du bist nicht mehr und ringsum alles schweigt von diesem schmerzerfüllten hohen Leben. Nur meine Stimme wird die Flöte sein, auch deiner stummen Toten feiertönend. Bulgakov wurde in aller Stille beerdigt und sein Name war aus der Öffentlichkeit verbannt. Wer hätt geglaubt, daß ich halb bei Verstand, ich Klagewei, beweinend tote Tage, ich im Feuer schwelende, die ich alles verloren, alle vergessen habe. Achmatovas erster Ehemann, von dem sie sich 1918 scheiden ließ, war erschossen worden. Ihre Liebe, ein Literaturkritiker, war jung gestorben, ihr künstlerischer Wegbegleiter Mandelstamm kam im Lager umzuleben, Marina Zvetajeva hatte sich in völliger Armut erhängt. Jahre hatte Achmatova in Warteschlangen vor dem Gefängnis zugebracht, um ihren zweiten Ehemann und ihren Sohn zu besuchen. Muss gedenken dessen, der voll Kraft mit mir und voller strahlender Ideen als wer es gestern erst gesprochen hat und ließ mich seine Todesqual nicht sehen. Sie fühlte sich gebrochen und hatte Bulgakov trotz aller Umstände als Mann voller Tatendrang erlebt. Aber sie ist aus ihrer Sicht unbegreiflicher Weise die Überlebende dieser entsetzlichen Zeiten. Was auf dem Nichtsaal der Erfangen ist der Grund gefängnis, never die Erfangen hat näher, sie können uns auf dem Weg wachsen. Sie haben eine Grunde ausgestattung. Sie bleiben in Warteschlangen. Sie werden es erfolgreich nach dem Weg gegenwärtig, weil sie sich um w .. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.